Achtung Achtung Einmal lächelt Die kriegt sich immer weg da hinten He Ich hätte würfel ich mit dem LG da Allerdings hat mir ja Verzugst du denn da? Zurück bleiben bitte Ja 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 Zog, Nassfahrt aus Spandau Hörst du das? Einsteigen bitte Einsteig bitte Hörst du das? Hä? Zurück bleiben bitte Ja Ich bin gerade an Hupen Ja 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 Was mache ich hier? War schon lustig Hier Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das war auch bei dir, aber ja Mach ich die Witzel Ja Mach ich die Witzel Ja Schiss 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 Ja Was ist das? Ist das? Warte rein Zog Nachtfahrt aus Spandau Einsteigen bitte Sie Die 2,2 Ich lasst nicht mehr zählen Zurückbleiben bitte Dann sind dann sogar Touristen rüberkommen Das ist immer ein bisschen jenes und ein bisschen jesplastic ein bisschen jesplatte ist immer ein bisschen jesplatte was soll ich sozusagen eigentlich nur einen und der wird die ла ich 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 brauche ich ich und ich das ich Können Sie doch! Ich komm doch alle drüber! Wenn ich jetzt eine Reise war, dann buchte ich eine Reise. Das ist eine deutsche Wirtschaft hier. Ich frage mich, wie ist die Reise? 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 Das ist eine neue Reise. Geht doch L2, aber jetzt sind wir halt nur noch vor. Nicht verstehen. Soll ich das mitmachen? Ich glaub, man soll ja noch nicht weissen. Ich glaube, die Linie hier bleibt. Jetzt, äh, wir haben ein bisschen vorne. Einsteigen bitte. Der steht da von mir. Der steht da von mir. Der steht da von mir. Du kannst schon mal raus. Mal raus, und jetzt sind wir uns ab. Zug nach Audiobank. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Zurückbleiben bitte. Zurückbleiben. Jetzt kannst du das mal jetzt schützen. Schütz? Ist das Leuken? Steigen hier einfach aus und war ein bisschen. Das war's für heute. Ich geh jetzt hier mal auffahren. Gehen wir jetzt rausfahren? Ja. Abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.